Mit welcher Hand führt Sephiroth seine Waffe? Ist mir scheißegal. Links oder rechts? Rechts. Das ist leider falsch, das ist links. Hallo erstmal, wir sind ja on Tour. Heute sind wir hier, ist äh... außerordentlich kalt. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Aber wichtig wäre, woher kommt dein Nickname? Ich wurde als Lamawehr beleidigt und aus Spaß habe ich mich dann so genannt. Real-Story. Also magst du beleidigt zu werden? Ja. Okay, aber dein Lieblingstier? Hängt das in Verbindung? Absolut nicht. Was ist dein Lieblingstier? Katze. Warum? Warum nicht Hund? Warum nicht ein Vogel? Katzen sind selbstständiger als Hunde. Dann habe ich noch eine Frage von D.Brückmann, der hat sich hier gemeldet. Wie läuft die Diät? Sehr gut. Ich bin eine fette Sau. Immer noch. Aber ein bisschen weniger fette Sau als davor. Das ist schön zu hören. Was ist denn dein Wunschgewicht insgesamt? Hast du da bei deiner Diät jetzt, die du gerade durchführst, vielleicht da so ein... Ja, ich habe erstmal 115 angesetzt, ne? Aber das ist natürlich nicht das Endziel. Kannst mal von anfangen. Endziel ist? 20? 20 Kilo hört sich sehr gut an. Ja, top. Gut. Welchen Secret Boss kann man in Kingdom Hearts 2 Final Mix im Schloss Disney bekämpfen? Terra. Das auch nicht richtig. Das wäre der verweilende Wille. Aber gut, dass wir hier einen Kingdom Hearts Fanboy haben. Naja. Wann gibt es dann den Livestream mit Facecam? Ab und zu gibts den schon auf Twitch. Lahm und Benol unbedingt einschalten. Okay. Wer aus dem Team hat die beste Bauchramme? Boah, Siggi. Irgendlich aber auch. Okay. Dann habe ich hier noch eine Frage auch von einem Fan zugeschickt, ne? An der Stelle. Sie können auch Fragen hier einblenden. Die können wir auch dann hier einblenden. Hey Leon, warum tauscht du Spanien gegen so ein krankes Müllteam? Wir sind die Letzte. Naja, kann ich jetzt machen. War jetzt eigentlich nicht so smart die Frage, ne? Naja. Wie stehst du zu Döner mit Senf? Köstlich. Schmöchlich. Tada. Tschüss. Musik Musik